Hallo Leute da sind wir wieder mit Battlefield. Wie ihr schon gehört habt, Bulldozer ist auch wieder dabei und wir starten mittendrin. Okay. Nee, wir sind noch im ersten Sektor. So, aber trotzdem heißt es erstmal, da schreit jemand um Hilfe. Jetzt ziehen wir uns in den nächsten zurück. Aber wir müssen die Ressourcen des Feines dezimieren. Ich hoffe nur, Bulldozer, ja genau, hätte er mich hier fast in den Tod geflogen. Du bist nicht mehr im Einsatzgebiet. Extra rumgelaufen und dann kommt er schon mal was um die Ecke geflogen. Das ist mal cool. Ja, der Anführer ist da. Dankeschön. Mutti kommt. Zack. Ich gehe mal zu A2. Ja, ich versuche mich auch gerade zu orientieren, wo ich am besten hinlaufe. Achso, B bist du. Du kannst ja nur B machen. Du bist ja der Star unserer Truppe. Oh, oh. Da wird um Hülse geschrien. Das ist schon mal Knob gewesen. Wuppala. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich bin bei dir. Oh, da schreien welche um Hülse. Okay, mach du den. Ich weiß auch mal nicht, mit was die hier rumschießen. Ja, manche Sachen sind wir hier auch. Komm mir spanisch vor. Unsere Truppen haben Alpha 1 verloren. Jetzt haben sie mal A1. Da hinten war ein Sniper. Da muss man aufpassen. Ah, ich habe mal zwei markiert hinten. Ich fisch mich gerade Stück für Stück vor. Wow, wow, was ist hier los? Wo kommt das her? Wo kam das her? Der andere ist ganz schön weit geflogen. Was heißt, das muss denn der? Den habe ich gerade ausgesammelt. Achso, wir haben mich an dem Vorbau. Ich habe nämlich noch ein bisschen gesehen, aber... Ich habe noch ein bisschen gesehen, aber ich habe noch ein bisschen gesehen. Ich bin Jupp. Und ich bin da. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Granatenkühl. Wow. Och manno. Wo bist du denn? Nee, ich wurde schon wieder aufgehoben. Es ärgert mich. Nee, du weißt schon, du musst hier verteilen und angreifen, ne? Also... Ja, bloß wenn da so ein Pan... Die sitzen wir mal hier überall, also... Ja. Es ist ja nicht so, dass ich hier... Nichts tun will. Es ist nur so... Boah, die hab ich grad runtergeschaut. Und ich hab das sehr komisch. Wow. Alter, wer war da? Wir kommen zu Alpha 1. Nicht halt. Hinter uns irgendwo. Ich weiß nicht, wo du meinst, aber... Nee, jetzt... der ist schon tot. Der... der ist schon... Was? Von wo? Ich hab nur ein Assist gekriegt. Oh, da sitzt einer mit so ner... Der hockt da noch. Es ist immer nett, wenn man von Leuten gerufen wird, ne? Und dann... äh... sitzt der Feind aber noch da. Naja, aber wenn der in erschossen will, dann bricht er dann hier hin. Warum? Der sitzt ja... Das war ja relativ am Rand. Hier werden öfter mal welche abgeschossen. Guck mal einmal, macht mal einmal den Kopf hoch und... Ups, liegt mal wieder. Nein. Egal. Wie kann der mich denn durch den Rauch sehen? Oben drüber ist auch noch, äh... irgendwo ne Drohne gerade gewesen. Danke schön, Junge, danke. Danke schön, Junge, danke. Boah. Granate ist unterwegs! Boah. Feindliche Streifpestel bei halber Stärke. Da, Munition! Da, Munition! Ich hagelade gerade die Granaten rein. Mhm. Ich werd mal hier einen holen. Übrigens... Nee. Ein Ziel wird belagert. Weiß nicht, ich brauch immer bloß den Kopf um die Ecke strecken und schon... ... ... ... Granaten fäulen... ... ... ... ... ... Woow... Du weißt, dass es der Richtung die Gegner kommen, hauptsächlich, ne? Ich muss in die andere Richtung, ja, ich weiß, ich muss, die sind überall, das ist das Problem, von allen Seiten schauen sie mal um die Ecke. Irgendein ist jetzt von hinten, der hat mich grad weggenommen, hier, ah, der ist weg. Ich lieg hier, wenn mal jemand... Wenn ich das schaffe, dann... Ah, der kommt schon, ne, der kommt schon. Wat? Ah, wat? Ich hab ihn nicht erwischt, was auch da kommt einer zu dir gleich. Ja, jetzt hab ich... aber du hast die Chance, ihn. Du schießt ihn doch fest ab. Ach, shit. Er kann auch liegen bleiben. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jo, Junge, ich komme. Ach so, du machst es schon. Woah. 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 Oh, da ist ein Sniper. er schießt auf mich 87 tickets noch ich hoffe noch mal ein mit der granate von den typen ist man die so unserem winkel wirft das mache ich auch ich sehe gerade keinen auf dieser ecke ich wollte auch mal 21 trotzdem weiß ich nicht wie das machen die sehen dich und zack bist du tot wie machen die das ich sehe sie ich habe sie gerade alle laufen sehen ja ich kann da schlechthin bei mir ist gerade action gewesen ja wir haben jetzt ja also wenn wir das jetzt nicht komplett aus der hand geben naja jetzt ist hier gerade schicht im schacht hier ist keiner mehr ich werde auch da ich da gewesen das weiß ich nicht kommen aber zu dir gespawnt denn hä wieso ach so ich habe einen abgeschossen okay aber wieso ich war gerade bei dir dabei ein und dann wurde nach hinten gesippt ja ich bin aber gerade gestorben ich habe einen abgeschossen und mich hat ein anderer abgeschossen keine gleich wieder rache gekriegt hier das ist doch ja sowas bei mir auch schießen ab und dann hat mich aus einer anderen ecke einer abgeschossen ey junge ich habe dich gerade gerettet willst du mich veräppeln vor kratz sagen ich bin hier ich habe mich denn jetzt noch erwischt hier ich lag hier hinter seiner felsenkante ja jetzt kommt der feind die kommen zu a2 gerade rüber gelaufen ja ich will so ein erwischt so sicher ich glaube das war's wie da hat mir noch einer angeschossen die amerikaner ziehen sich zurück gute arbeit diesen tag werde ich nie vergessen alter weiter beide richtig gut gearbeitet wupsel 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 mhm war gut das hat Spaß gemacht gerade war ne gute runde klagt zwar ein paar mal aber das ist kein drama na leute was sagt ihr hat euch die runde auch gefallen dann 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 würde ich ja sagen lasst einen kommentar da und liked und ihr wisst schon abonnieren und so ne und ich hoffe natürlich wir sehen uns beim oder beziehungsweise ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei ja also bis da weine bis da bis gehen bis bis bis